Einen wunderschönen guten Tag. Meinen Kollegen, den Tommy, den kennen Sie ja bereits. Mein Name ist Kelvin, ich bin einer der Trainer hier im Fitnesspark in Bremenhorn. An dieser Stelle lernen Sie mich kennen aus dem einfachen Grund, da uns die Betreuung, egal ob wir geöffnet oder geschlossen haben, und die Qualität auch sehr, sehr wichtig ist. Unsere Frage daher ist, ob man mit der App klarkommt, ob die Trainingspläne alle noch aktuell sind oder ob einige der Trainingspläne vielleicht schon austrainiert sind und man neu benötigt. Vielleicht haben Sie auch schon unsere abwechslungsreichen Online-Kurse kennengelernt. Wenn nicht und noch Fragen da sind, einfach melden. Einfach an der unten angegebenen Mailadresse sich melden und mit uns in Kontakt treten.